Und wenn er wirklich wiederkehrt und wär' nicht so wie wir, hätt' andere Haut und anderes Haar als unsere Leute hier. Wer gäbe ihm zuerst die Hand und wollte mit ihm geh'n, und auch in seiner schwersten Nacht noch immer zu ihm steh'n? Wer würde ohne Zweifel ihm und seinem Wort vertrauen, und reinen Herzens wie ein Kind in seine Augen schau'n? Und wenn er wirklich wiederkehrt zu uns auf diesen Stern, er wär' uns doch wie eh und je unendlich nah und fern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Amen.